Ein Treffer und Tod! Kein Gegner im Spiel ist so hart wie ich schweige. Das ist fast passiert. Mein Gott, guckt euch das an! Ey, ich hasse die... Ich hasse den! Mein Gott, ich hasse diesen Kampf! Oh Gott, ist doch der auch noch! Da werden auch wieder so viele abkotzen. Ach du Scheiße! Ey, komm schon! Mann! Ey, wie unfair! Was ist das für ein Ende? Komm schon! Das war doch jetzt ein Joke! Ey, komm! Oh Mann! Man wird einfach aggressiv! Ich lasse es doch nicht los! Es ist einfach müllig! Es ist so müllig! Ey! Oh! Schließt irgendeine scheiß USB-Kacke noch an, dann fehlt da Strom, dann ist nicht mehr genug Strom dafür da. Den anderen USB-Geräte funktionieren nicht mehr. Das geht nicht! USB ist halt Müll! Das sieht aus wie ein Meme! Mein Gott! Einmal ein Autounfall hat er gehabt! Das Wichtige ist doch, dass das trotzdem noch Mario ist! Wie viel Oberflächlichkeit vermittelt dieses Scheißspiel? Es geht doch darum, dass es dieselbe Person ist. Und auch wenn man mal sein verknautschtes Gesicht hat oder mal ein bisschen verschoben ist, dann ist man doch immer noch derselbe! Das ist ein Scheißspiel! Das letzte Mal, dass er spielt! Das vermittelt falsche Werte! Boah, Mann ey! Jetzt hör auf mit dem Game! Boah, ey! Ist das schlimm! Also! Hallo! 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 So, da ist der letzte Dragon Ball! Findet alle sieben Dragon Ball! Und eine Unschöweinbar! Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls? In ihm sind ein solcher Knopf! Und ein Glick! 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 Ich bin glick! Ich bin glick! Stark, ne? Den gab's noch. Carolina Crusher gab's noch. Okay, die Zaubertrolle. Carolina Crusher auch heftig gewesen. Äh, Bigfoot? Oh ja. Hier dann irgendwie sowas wie die Eliminator oder sowas. Hatten Müll, das war, ne? Aber irgendwie lustig. Das war so klar, ey. Alter. Hä? Das Hörnchen braucht man bis zum Ende? Was ist das für ein Troll? Luhu. Easy. Ja? Wir gehen jetzt mal hier rein. Das sind Banger-Hintrom-Musik. Auf jeden Fall. Das hört wirklich, das hört sich an wie kein Kindergeburtstag. Ah. Ich glaube nicht. Come on. Easy. Wer weiß, was passiert ist? Wer weiß, was passiert ist? Easy. Wer weiß, was passiert ist? Also... Ja, nice. Gar nichts. Mega nice. Da sag ich mal, äh, geil. 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 Oh ja, unsichtbare Truhe. Lull. Das war Backseat Gaming des Todes, Dean. Warum machst du denn Backseat Gaming des Todes? Warum denn du? Oh ja, ich... Aber das ist auf jeden Fall die richtige Zeit. Das ist nur extrem hässlich. Okay, das heißt... Find a way out of the comics, how red coins are optional. Good luck. Ja, stimmt. Arbeitsamt das Geld auf Konto gewesen. Jetzt habe ich es auf dem Soundboard. Arbeitsamt das Geld auf Konto gewesen. Arbeitsamt das Geld auf Konto gewesen. Hä? Hä? Was ist mit den Geistern los? Ja, man kommt doch gar nicht in die Pipe. Ja, wir können es so lassen, weil man kommt nicht in die Pipe. Man kommt in die Pipe. Und Bomben. Vielleicht soll man die eigentlich mit Bomben machen. Was willst du, Navi? Bist du müde? Ich bin jedenfalls hundemüde. Warum machst du nicht eine Pause? Du spielst zu lange 3DS. Mach aus. Deine Augen werden viereckig. Ja, Mama. Ah, noch eine Kiste. Die können ja aufeinander, oder? Ja, die können aufeinander. Also für mich ist es das beste Spiel 2020. Und der Soundtrack lockerts. Ey Junge, geh einfach weg. Schmeiß einen Fisch. Junge, geh diese glückliche Familie hinterher runter. Ey. Ich bin Störer. Äh, Kirche auch. Guck mal wie die tanzen im Winter. Was ist mit dem Hasen hinten los? Oh ja. Das ist voll schön. Nicht? Oh nein. Oh nein. Jetzt bist du Störer. Oh, das ist interessant. Optionen auf das Spiel und unter Information. Den Gasson kann ich imitieren. Das ist gut. Oh nein. Ich bin jetzt nicht in der Zeit. Seid ihr noch was machen können? Aber die müssen nur sagen. Junge, mach doch ein Kack Sprung die Mülleimerwesen. Ey, also wirklich. Er macht es halt einfach nicht. Junge. Ja, woher? Jahuertens. am Bubah. Ich kann halt nichts mehr machen. Ein HP. Er ist tot am Giftstirke. Oh! Man muss einfach nur so wie ich alles genau berechnen. Man muss einfach nur alles genau berechnen. Das hatte ich schon bei dem Turnier. Das ist hier auch sehr seltsam. Was sollen die ganzen das geht hast du jetzt hamster gesagt klar maka das ist kein hamster klar maka vom ding in der ja nennt mich gott ok ein schuss 2 tot ich glaube das war es oder gibt es doch nicht das wäre classic gewesen jetzt zu sterben das wäre classic gewesen alter für mich die größte challenge bis jetzt die größte challenge in souls alter schwede war der assi junge 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 ich kann da nicht hin ok der ist so blöd der läuft einfach am ende gegen seinen tod das ist so blöd Hallo? Jo, gerollt, Junge! Was denn? Drei. Ne, ne, ne. Boah. Boah, ist das grausig, die Mucke hier. Aber ich glaube noch nicht mal, dass Ü60 das mag. Das ist Quatsch. Das verarsche. Das mag keiner. Boah, Ekelhaft. Wirklich, also Leute, wenn ihr wirklich so drauf seid, dann verlasst jetzt den Channel hier. Da muss man auch ein bisschen mal durchgreifen, finde ich. Ich bin ja sehr tolerant, aber irgendwo ist die Grenze. Doom, Stardew Valley. Bebe. Ja. Dann. 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 Ja, war ein gutes Game, aber ich würde erst noch mal ein anderes ausprobieren. Laufen! Das ist kein Klicker. Der macht einfach einen 180, habt ihr das gesehen? Weil ihr die Wii-Mode kontrolliert wie ein Gott. Kommt, die schlimmste Welt, aber auch die coolste. Aber auch die schlimmste, aber auch die coolste, aber auch die schlimmste, aber auch die coolste. Oh, eine Verteidigung. Ich denke, ich muss da rein. Oh, ich würde mich selber auch aufheigen. Warum sollte ich denn plötzlich in so eine Röhre gehen? Warum macht es Sinn, dass ich... Was passiert in meinem Gehirn? Ich weiche hier in dem Level 50 Röhre aus. Und irgendwas in meinem Gehirn sagt plötzlich, ich soll da in die Röhre. Ich verstehe es nicht. Ich will reingucken in meinen Kopf. Ich verstehe es nicht. Ich will reingucken in meinen Kopf. Und wenn ich immer meine keine Kniescheibe mehr habe, wie häufig ich mir einfach das Knie aufkloppe. Na, ich will reingucken in meinen Kopf. Da geht es nur im Kopf hin. Ja, ta. Freitag, der 13. könnte ja theoretisch auf den grünen springen es wäre halt es wäre halt zu leicht obwohl was war das denn für ein move habt ihr es gesehen wolle goldgeschirr wolle goldgeschirr kaufe kein problem wolle goldgeschirr wie gut ist das das ist so gut wirklich also wirklich schönes goldgeschirr und hier noch ein paar gefälschte klamotten müssen ja sein müsste ich eigentlich ein paar design mammas mike tumor solche sachen müsste eigentlich hier so richtig schön fake markt es war perfekt mit der bombe es war perfekt mit der bombe vorher ich zeige euch mein flex ich dachte der nehmt zumindest die strecke auf dem boot ich wusste nicht dass ich nicht springen darf hallo hallo was der biebe ninja ich bin ein ninja habt ihr die dodges gesehen die grünen dodges wie viele waren das um mich herum warum ist das immer so dreckstür ich glaube nicht im äußersten notfall muss man mario kart spielen kein anderes spiel auf der welt gerade funktioniert dann spiel auf mario kart oder montag oder kennt ihr diesen dansen er kanns n gut kennt ihr diesen dansen er ist gut in sachen kennt ihr diesen dansen er hat rekorde aufgestellt auf der welt und jetzt Springt er mit dem Mario-Mann über Sachen, weil er's kann. Hey, Dansen, dieser Dansen, er ist krass, es ist Dansen. Mann, Dansen macht Sachen, weil er Sachen machen kann. Oh yeah. Ja, macht schon Sinn. Also natürlich macht das Sinn. Wir brauchen nicht drüber sprechen. Ich grüße euch. Ich krieg kein Bild. Ich krieg kein Bild. Hemd ist das nicht, ist doch gar nicht Sonntag. Einfach mal so. Hallo, Andy. Ich krieg kein Bild. Ihr habt auch kein Bild. Warum? Warum ist das so? Bist du krank? Ja, bisschen. Ja. Ich glaube, ich werde krank. Ja, etwas angeschlagen. Hört man. Ich glaube, ich werde krank. Hallo. Gib mir mal ein Bild. Corona. Man hat ja nicht direkt Corona, wenn man krank wird. Das Spiel macht dich krank? Das Spiel ist eigentlich überhaupt nicht das Problem. Ich weiß wieder nicht. Was war denn nochmal jetzt NRS für ein Knopf? Ey, ich weiß es wieder nicht. Aber ich habe ihn ja gar nicht umgestellt. Deswegen dachte ich... War es die 5? Ja, ist jetzt nicht wild. 5. Ja, 5. Wieso kommt denn kein Bild? Och Mensch. Danke für 3 Monate. Beste Unterhaltung. Alles für Japan. Alles für Japan. Moin. Danke, Mann. Dankeschön für den Resub. Ich sehe halt auch nichts da unten drunner. Basics, Alter. 15 Monate T2. Ich danke dir. 15 Monate. Dancen-Hüpe. Okay, da hilft nur Kabel rein und raus. Moment, ich kläre das mal hier eben. Wir gehen mal auf den Super Nintendo. Einfach mal gucken, wo ist das Problem? Es kommt kein Bild an, Leute. Als ob es jetzt kein Bild gibt hier wieder. Muss man immer alles vorher einmal testen? Ist das so? Ist das das Gesetz der Technik? Ja. Ja, das ist das Gesetz der Technik. Ich sage es euch, was jetzt hilft. Ich brauche gar nicht jetzt großartig noch rumprobieren. Ich kann jetzt hier rum gucken. Das bringt alles nichts. Ich kann euch sagen, was was hilft. Ich starte jetzt den Rechner neu. Verändere nichts. Und es geht's. Lagerfly T-Shirt. Natürlich. Ja, interne Karte. Klar. Ja, hab ich an und aus. Also wir brauchen gar nicht. Wir brauchen gar nicht jetzt spekulieren. Es gibt bestimmt auch tausend verschiedene. Kann man bestimmt verschiedene Sachen machen. Aber ich kann es uns das einfachste Problem. Die einfachste Problemlösung ist PC neu starten. Und es geht sofort. Ich schwör's euch. Schnellstart drin. Nimm raus. Nimm den raus. Welchen Schnellstart? Klar, Macker. Sieht am Hemd kann auch sein. Reistopf. Dankeschön. Dass ich dir noch folge. What the fuck? DJW, yo, geh weg hier. Das lohnt sich wirklich nicht. Da tust du dir kein Gefallen mit. Ja, ich starte kurz neu. Dauert zwei Minuten, bin ich wieder da. Besser ist. Wetten, es geht sofort. Traurig, aber so ist es.